Für Emily Kerner läuten bald die Hochzeitsglocken. Die Tochter von Johannes B. Kerner hat sich verlobt und teilt auf ihrem Instagram-Account erste Bilder ihres Verlobungsrings. Die Verlobung hatte die 25-Jährige bereits Anfang März öffentlich gemacht. Dabei postete sie schwarz-weiße Kussbilder mit ihrem Verlobten und schrieb dazu, dass es eine Sache für immer sei. Johannes B. Kerner scheint sich über die Verlobung seiner Tochter zu freuen. Er kommentierte das Bild mit zwei roten Herzen. Doch ihr funkelndes Schmuckstück zeigt Emily nun zum ersten Mal. Sie teilt eine ganze Reihe an Bildern mit Einblicken aus ihrem Leben. Darunter ist auch ein Selfie, bei dem Emily stolz lächelnd ihren glitzernden Ring präsentiert. Der zierlich-goldene Ring hat als Highlight ein Diamant. Wann es mit der Hochzeit soweit ist, lässt sie offen. Emily lebt in Hamburg und ist eines von vier Kindern des deutschen Fernsehmoderators. Johannes B. Kerner ist sicherlich stolz auf seine älteste Tochter.